So machte es der weise Phokion, wenn er sah, dass das Volk zu etwas, das er vorgebracht hatte, seinen lauten Beifall gab, so wandte er sich gegen seine umstehenden Freunde und sprach. Sollte ich etwa unversehens etwas Dummes vorgebracht oder ein schlechtes und ungeschicktes Wort gesagt haben, dass mir das Volk hier seinen Beifall so gibt? Man muss also den Umgang mit dem gemeinen Volke so viel als möglich meiden und mit den dummen, unverständigen und übel gearteten Pöbel so wenig als möglich zu tun haben, über alles aber sich vor seinen Urteilen, Meinungen und lasterhaften Sitten verwahren.